Und die Fahrer ist ja ängstigend, weil die sind schneller als ich. Der eine kommt runter. Ich will nicht, dass der runterkommt. Ich muss aber essen. Ich will nicht, dass die kommen. Es ist schneller. Kommen die angerannt jetzt? Nein. Musik Gut Ich glaube, Forge links, Forge links und ich kann rechts hoch und ich weiß nicht, nein... Ach ne, die können doch gar nicht schnüffeln, ne? Nein, die können nur beim Stehen schnüffeln Ja, gut, ja, okay Ja, das Problem ist... Hier gibt's nur einen Weg, und das wissen sie Und ich hab... Ich hab echt Stamina-Probleme Alles gut Ah ah Die macht mir weniger Angst als die... Ich hab ein paar Wachträgen gehabt, was das? Ich hab einen... Warte mal, die kommen Ja, ne, nicht wirklich Ja, die gehen weg Boah, wär ich voll adult, das wär so cool Ja, der andere hat sich jetzt da hingelegt, dann will ich sie jetzt auch Ich hab dir ganz Glück Oh ja Das hab ich noch nie gesehen Von hier sieht das aber richtig schlecht aus Der geht einfach so... Irgendwann runter Ja, aber ne... Ja, sogar wirklich im... Oli Shit 981 Der denkt sich jetzt auch so, fuck, die haben mich gefunden Ob der weiß, dass ich hier bin? Weiß ich nicht Nein? Der hat Circle auf jeden Fall auf dem Schirm Vorsicht! Ich kam nicht ran, sorry Okay Der war nicht gebissen Der weiß nicht Erwischt Hast du ihn? Ja Der random geht rein... Doch, der random geht rein, schön Weiß der echt nicht? Nee, du bist jetzt eigentlich einmal gebissen, oder? Weiß der nicht, dass die linke Maust ist? Kann einer antäuschen? Circle? Oder... Ich hab Angst ein bisschen, aber ich versuch Nee, warte Nee, warte Jetzt beißt er Boah! Aber der Krasi, die ganze Zeit war nicht gebissen Nein! Habe ihn... Drei Bisse hat er drin? Soll ich antäuschen? Drei Zwei Eins Halt? Habe ihn aus seinen K.. Jeepaje Hau reischt ihn! ausgedehnt warum gönnen? Sökel, du konntest ihn doch noch beißen, oder? ja, er hat vier Bissern drin müssen nur Geduld haben im Ambush nice, Hauli, der Typ ich kann antäuschen, ich bin jünger und mach weniger Schaden in 3, 2, 1 ja, der hat einmal direkt hingedreht ihr müsst einfach versuchen beide auf ihn zuzulaufen und dann guckt ihr, wer in welche Richtung er sich dreht und wo vielleicht safe ist und dann muss derjenige halt schnell entscheiden und dann reingehen aber risky ok, Rambo na, du bist jetzt zu gut auf meiner Seite so sehe ich da schon Kratzer? ja, der müsste ja schon Kratzer haben vier Bisse sind eigentlich, keine Ahnung, äh, zwei bis drei oh, er kommt, er kommt zu mir hab ihn fünf Bisse jetzt ist er in echtem Problem aber mein Biss ist kein Full-Edit-Biss ja, ist egal nope aber sehr nice täusch an ja 3 2 1 4 4 ja wie hab ich das überlebt? wow oh, hat er nein oh, er war so gut oh shit aber egal, jetzt lass ihn bluten jetzt lass ihn nur bluten wenn der andere, der random ihm jetzt noch ein Biss gegeben hat dann hat er jetzt drei Bisse oh shit, ich verpasse es äh, Rambo 3 2 1 der hat zu dir geguckt shit ja ne aber ihr müsst gar nicht mehr lasst ihn einfach sterben ja, aber man sieht null Kratzer ja, das ist egal, das ist egal es wird jetzt gleich Tag ist nicht gut für mich, denn ich sitze hier im Baum und ich kann euch stampfen hören wenn er nicht angreift das ist auch genau jetzt zu dir hier ja, wir dachten so, wir holen direkt schon mal zu dir das ist auch was das du kannst ja, dann kann ich höhnestens gleich was essen nice, er hat ihn das war auch voll die gute Teamarbeit ich hab ihn von oben so, von vorne so müssen jetzt nicht Kratzer, oben drauf im Nacken jetzt nicht Kratzer aber nur zwei und alle hinten sich aufrecht jetzt nicht Kratzer geht nicht mehr rein ja, war so viel Kratzer zu dir mit? sehr schön, Player sehr gut der ist nochmal schön rein oh oh pass auf ich hab den Glück abgebrochen, ich wär tot gewesen haha muss ich so'n Sternenangriff machen in Position gehen oder alle gleichzeitig los oh, der hat nicht reagiert scha- reagiert, der hat nicht reingediert ich hätte drei... oh ja, aber... aber egal, egal, alles gut, alles gut wie gesagt, hey, nicht sterben jetzt ok, Rainbow jetzt werd ich ready ich geh rein ah nein, 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 einfach ich... er hat ihn denn? Ich hab ihn, glaub ich, aber mein Herz ist weg. Ich bin auch zur falschen Seite rausgelaufen. Er wird einem schnell zum Verhängnis. Der ist doch schneller vorbei, als man denkt, dieser One-Call. Nein, das ist... Du musst das im Prinzip dann loschen und dann musst du erst dann checken und dann die One-Call. So, ich lauf mal schnell übers Feld hier. Ich muss nämlich Wasser holen. Oh, er ist tot! Du da hinten! Ja, ist das ein Kegel? Ja, ein Chuwi? Ist das ein Chuwi? Ja, aber guck mal, der hat doch da ein Chuwi, weil... Ja, oh ja, den snacke ich mir jetzt. Alleine, du will. Warte, ich kann helfen, wenn ich ablenke. Warte, zeig dich noch nicht. Hat er dich schon gesehen? Nein, nein, ich lebe mich noch gar nicht. Weil ich kann den weglocken vom Dings und dann krallst du dir ganz schnell den Chuwi. Krallst du bitte, Baby! Komm! Mama Giga! Die hat voll Angst! No! Oh mein Gott, sie ist voll weggerannt vor mir! Nein, die laufen voll auf mich zu, ey! Das war jetzt... das war jetzt aber eine Reaktion, mit der ich nicht gerechnet habe. Ja, das war jetzt gut. Oh, die weiß gar nicht, dass ihr Baby hingefangen ist. Ja, dann... dann ist es! Schnell, die ist bei mir! Hä? Ist das Baby schnell! Sie emboscht mich! Ja, weiß! Ich weiß! Ja, das Baby ist tot. Hallo, hallo! Pass auf, die Mama kommt. Und tschüss! Die Mama kommt. Kannst du faken? Ja, kann ich gerne machen. Hab sie einmal! Ich glaube, ich fake lieber an. Ich habe kaum Stamina. Ich muss ein bisschen... Okay, dann. Dann nervt mich die mal ein bisschen. Ja, würde ich... Ich glaube, die retten einfach den Berg runter. Ja, deshalb, wir müssen sie eigentlich beißen, bevor sie da ankommt. Weil da haben wir dann kaum... Wir haben kaum Chancen. Ich beiß sie jetzt. Ich stirb mir nicht. Ich gehe raus. Und warte. Und warte. Sie ist so oft gebissen, holy shit. So oft. Ich hoffe, dass sie da wieder... Und welche... Und welche... Und welche Probleme? Wenn sie nicht sitzt. Ich traue mich hier nicht zu beißen. Weil ich verkalk... Ich schaffe das immer zu verkalken. Ich... Na, ich muss noch mal rein gehen. Na, ich stehe mich auf einmal raus. Ich gehe dann hinten ran. Und... Ja, da waren jetzt die Alte. Die haben Steine. Ja, die hat Alte. Aber ich habe sie noch zweimal beißen können. Jesus! Da und ja. Oh... Zeit sei! Die will echt weg. Die ist mega in Panik, glaube ich. Oh, Alter. Ja, gut. Jetzt hat sie gleich die Clip erreicht. Die benutzt Gehen, holy. Sie ist schneller drehen, oder? Ja, sie hat mehr Kontrolle über das Momentum. Was gegen... Was ziemlich gut haben. Ja, gut. Oh, sie ist mindestens im dritten Screen. Oh, dieser Berg ist ganz steil, ey. Unkner. Ja. Sie setzt sich ja nicht, geh rein. Habt ihr noch drei Bisse reingekommen? Wie denn so schnell drei Bisse? Wie geht das? Ja, ich spame nicht. Ich mach genau den richtigen Moment anscheinend. Und nicht klappt das. Nein, Alter, nein. Aber so. Was auf, dass ihr sich jetzt nicht irgendwo in den Busch setzt, und... Oder einbuscht, und sich dann... Lockt. Oder ja, oder sich auslockt. Hm, sie steht da jetzt. Wie weit weg seid ihr jetzt? In den Busch. Ja, das... Könnt ihr sie irgendwie im Kreis treiben, wieder zu mir? Dann... Versuch sie zu... Maiten ein bisschen, wenigstens. Außer sie bewegt den Kopf noch, dann... Sprung ab. Ja, sie bewegt den Kopf noch. Ja, sie bewegt den Kopf noch. Es ist nur drin. Scheiße. 3 damage. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ist jetzt echt doof, ne? Also sie könnte da... Soll ich täuscht, täuscht. Tusch ruhig mal an, bevor sie ausklappt. Ne, sie bewegt den Kopf gerade noch. Okay, okay. Aber... Player geht rein. Schön. Sie ist tot, aber sie war full-addled. Sie war full-addled. Wie ihr wohl wisst? Sie hat mich gebissen. Sie hat mich gebissen. Ja. Sie ist im letzten Moment gestorben. ich. Ich bin hier. Sie ist... Sie ist... Sie sind... Wohli. Wohli.